So ist es doch, oder? Und zu diesem Zeitpunkt wusste er, dass sich die Grafikkarte verabschiedet hat. Oh, Scheiße. Gut gemacht, da ist er! Mein wollten Hirschkäfer! Halt! Stopp! Wo willst'n hin, Kleiner? Nein! Nein! Komm wieder weg! Du hast einen blauen Rubine erhalten. Er ist fünf Rubine wert. Das nennt man einen glücklichen Fund, würde ich sagen. Okay. Keine Angst, Kleiner. Oh, nennt sich auch eine Schatztruhe. Einfach mal hier runter. Ah, komm. Perfekt, perfekt, perfekt. Gibt's hier was? Nee, anscheinend nicht. Ah! Das war ne schlechte Idee. Okay. Sei vorsichtig. Zum Glück sind vier Ritter stets wachsam. Adios. Ah. Wenigstens haben die einen Vogel. Ich nicht! Ich will meinen Vogel zurück! Aber wo hat mich jetzt überhaupt hingebracht? Na, hier. Okay. Auf jeden Fall. Den Kiefer, den ihr da unten gesehen habt, das ist mitunter auch eine der Quests, die uns im Laufe des Spiels begleiten werden. Und zwar, kann ich das mal ganz kurz hier zeigen. Ähm, okay. Falsche Sache. Minus. Ausrüstung eins. Ah ja, hier. Und zwar gibt's hier richtig viele von diesen Dingern zu fangen. Und das gehört zu den 100% dazu. Das heißt, wir werden sehr viel Spaß mit Insekten im Laufe des Let's Plays haben. Ja. Ich bin gespannt. Auf jeden Fall müssen wir jetzt irgendwo nach einem Versteck schauen, wo der Wolkenvogel sein konnte. Ich hab's leider nicht mal ganz so genau im Kopf, was uns der nette Herr am Tor im letzten Part gesagt hatte. Ihr habt's bestimmt noch ganz gut im Kopf und lacht mich jetzt aus. Aber ich glaube, es hat tatsächlich irgendwas mit dem Wasserfall zu tun. Deswegen gehen wir einfach mal hier entlangs. Das ist nämlich meine dumpfe Erinnerung aus dem Jahre 2011. Schaut euch das hier mal so an. Oh! Das wollte ich nicht. Aber man kann auch schwimmen, logisch. Komm, schwimm! Wieder zurück an Land. Oh! Da unten ist auch irgendwas versteckt. Wenn wir tauchen können, irgendwann. Können wir ja auch mal da nachschauen. Ja, aber das Spiel sieht einfach so cool aus. Das sieht so schön aus. Schaut euch das hier mal an. Und jetzt hier. Das ist ein Spiel aus dem Jahr 2011, müsst ihr wissen. Und die Tiefendarstellung, die ist hier viel besser als beim Original. Naja. Genug des Lobes. Lasset mal auch selbst was schaffen. Ah. Ich glaub, da oben kann ich tatsächlich noch nicht rein. Was steht denn hier? Hier. 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 Beginnt die Höhle hinter dem Wasserfall. Vorsicht! Vor blutsaugendem Geteer. Zutritt für Kinder streng verboten. Lol. Ich glaub, da sollten wir fürs Erste noch nicht hin. Aber was sollen wir denn dann machen? Okay. Ich saust hier einfach noch mal ein bisschen weiter rum und schau mir das ein oder andere an. Vielleicht ja hier. Wer weiß. Hallo? Dankeschön. Oh. Gibt's hier. Hier. Hier kann man was einpflanzen, oder? Irgendwann. Ich weiß nicht mehr genau, was hier ist. Aber hier kann man irgendwas machen. Oh. Da ist auch ein Kiefer. Hallo. 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 Nein. Ich kann ihn nicht fangen. Ich wette ich. Ich werd ja. Von der Strebung weggespült. Sei vorsichtig. Zum Glück sind die Ritter immer noch wachsam. Ja? Du Depp. Wir haben dich im Auge. Pass auf. Dein Leben wird dir sonst immer wieder genommen. Ja, ja, ja. Oh. Dann fliegt auch irgendwas. Cool. Naja. Ähm. Scheint so, als ob das hier noch nicht unser Ziel wäre. Dann, äh, lassen wir das auch erstmal so stehen. Boy. Was ist nochmal mit Bado? Ich hab ein Kurzzeitgerechnet. Es tut mir leid. Weil du wolltest erst den Partnern sehen, auf dem die Vogelreiterzeremonie stattfinden soll. Dann ist er wohl Richtung Dorf. Der Reaktereweg wär ja normalerweise hier entlang, ne? Jetzt müsstest du das Tor unten nehmen. Ich bin ja noch nicht fertig. Machst du was aus, um die Schule rumzugehen? Okay, also das sagt mir einfach, dass der halt wirklich unten im Dorf ist. Okay. Dann müssen wir wohl tatsächlich nach Bado suchen. Der kleine Bademeister. Unten beim Dorf, da wo die Vogelreiterzeremonie stattfindet. Okay. Dann, äh, hier? Ja, da sind sie! Ihr Deppen, gebt mir mein Vogel wieder! Das war ganz schön hart, Bado. Der hat sich gefährdet wie noch etwas. Naja, diese Kaminroten sind eben hart im Nehmen. Selten wie sie sind. Aber dort, wo er jetzt ist, kommt er so schnell nicht wieder raus. Ha, 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 ha! Ja. Boah, Herr Linke! Stehst du, äh, stehst du schon lange hier? Was willst du denn nach hier? Ach, heute ist ja die Vogelreiterzeremonie! Ha, ha! Du willst mich bestimmt fragen, ob ich dich gewinnen lasse. Ha, ha! Machst du wohl schon in die Hose, ne? Du willst wohl gemeinsam mit Zelda-Zeremonie auf der Statue der Göttin begehen, was? Na? Hab ich recht? Nix da! Da bist du bei mir an den falschen geraten, Birschchen! Das wird ein prächtiger Sieg für mich werden, ja? Was sagst du da? Dein rotes Flughönchen lässt sich nicht blicken? Was da wohl passiert ist, äh, vielleicht hat er sich ja verflogen, das blöde Vieh! So, pass mal auf! Wenn hier eins blöd ist, dann deine Frisur! Ha! Jetzt hab ich sie gegeben! Was? Lass meine Haar raus, dem Schwieger? Ich hab die tollste Frisur im ganzen Wolkenhort! Ja! Ich lass das einfach mal so stehenig, denn jeder von uns hat da seine eigene Meinung! Seit wir Kinder waren, hat sich Zelda immer nur für dich interessiert! Jeden Tag habt ihr euch getroffen, während unser Eins darauf gewartet hat, einen Blick von ihr zu erhaschen! Du hältst dich wohl für etwas ganz Besonderes, was? Glaubst wohl, dass unsere Regeln hier für dich nicht gelten, hä? Mit deiner Arroganz ziehst du den Ruf unserer Ritterschule einfach so in den Dreck! Wer zieht hier was in den Dreck? Oh, jetzt ist das so älter, ich also! Ja, das war nicht so gemeint, ne? Sorry, Link! Bro, alles cool hier! Ja, ja, alles! Alles in Ordnung! Oh, was machst du? Oh, was machst du? Badoo! Hast du etwas schon... ...etwas auf Link abgesehen? Schon wieder? Wir sind doch alle Schulkameraden! Oh, oh... Wie kommt es, dass du immer Link niedermachst? Ich, also ich, ähm, ich, äh... Hallo? Boon alohin! Ich, ja! Was ist los? Raus damit! Ähh, also ah, ich, ähm, in der Zelda... Ah, vergiss es! Also, Dunlinc, wenn du heute nicht teilnimmst, bleibst du... Vielleicht noch sitzen? Oh, boi, das lasse ich mir nicht sagen. Gib mir meinen Vogel wieder, falls dein rotes Fluggelegen, auf das du so stolz bist, nicht doch noch wieder auftaucht. Adios. Diese drei Kerle, vielleicht wissen sie, wo dein Wolkenvogel steckt. Aber selbst wenn, sie würden es uns nicht sagen. Und es bleibt nur, selbst nach ihm zu suchen. Link, ich werde dir helfen und von der Luft aus nach deinem Vogel suchen. Mein Vater unterhält sich gerade mit Meister Titor. Sie werden die Vogelreiterzeremonie wohl verschieben, also keine Sorge. Na, wenn Zelda uns hilft, dann kann das Ganze ja nur klappen. Trotzdem bin ich gespannt, wo er jetzt tatsächlich stecken wird. Okay, Schlüsselsequenz also abgeschlossen. Dann geht's weiter mit dem Herumgetrolle auf der Insel selbst. Was ist denn hier oben? Ich wette, das ist so ein Aussichtspunkt, oder? Komm, lass Papa schnell nach oben. Was ist denn das hier? Mit Licht soll dem Helden, der im hellen Schein die Hymne der Göttin spielt, der Weg gewiesen werden. Ja, also anscheinend für später irgendwas. Okay. Warum habe ich das Verlangen, mich immer und immer und immer wieder umzubringen? Die Kerle müssen mittlerweile denken, mir muss man eine Zwangsjacke anlegen oder irgendwie sowas. Nein, ich will das nicht. Ich mache das auch nicht mit Absicht. Weil es gut, dass die aufpassen tatsächlich. Vor allem, wenn Kinder hier rumspielen, dann springen sie natürlich auch immer von Klippen. Jawohl. Naja, nichtsdestotrotz. Wo ist mein Vogel? Hey, ich komme nicht darauf klar. Das war einfach so viel Bock hier. Lass mich raten. Hier soll ich noch nicht durch, oder? Heute ist euch ein gutes Wetter und wir können es nicht genießen, weil wir so beschäftigt sind. Oh, ich sage es euch. Mein Sohn kommt tagtäglich dreckig nach Hause, dieser ungezogene Bengel. Wie sehr sich seine Sachen auch waschen. Es ist jeden Tag dasselbe Spiel. Dreck sauber gemacht. Wieder Dreck, wieder sauber gemacht. Immer wieder das selbe, Mann. Waschen ist absolut nichts für mich. Ich wünschte, jemand würde das für mich übernehmen. Ich nicht, schnell weg hier. Ich mag das nämlich auch nicht. Aber wo ist denn jetzt unser Vogel? Lass mich raten. Da oben vielleicht. Okay. Lass nochmal kurz beim Tempel der Göttin nachschauen. Also da hinten meine ich. Da. Darunter. Dann darüber. Und dann sind wir da. Wir sehen uns gleich wieder, wenn der Versuch gestartet wird. Und dann etwas Ausdauer mitnehmen. Und anscheinend sind wir wirklich auf dem richtigen Weg. Hey, Link. Hier sind wir. Wir sprechen gerade von einem Wolkenvogel. Komm her. Ui, ui, ui. Und das Tor ist auch auf. Und anscheinend hat das tatsächlich schon gereicht, um Fortschritt zu haben. Okay. Dann sag mir, was es mit meinem Wolkenvogel aus sich hat. Ich wusste doch, der Kleider wird es verraten. Gut, dass du hier bist, Link. Ich habe dich schon gesucht. Ich habe mich wegen deines Wolkenvogels umgehört. Und als ich mit Gross hier geredet habe, hat er sich seltsam verhalten. Das dachte ich mir im letzten Bad auch schon. Bezahl mir, Link. Ich wollte es dir schon früher sagen, aber dann hätte Bardo das ganz bestimmt auch ausgefunden. Anscheinend hat Bardo ihn ordentlich eingeschüchtert. Los. Spuck schon aus. Als ich vorhin den Speisesaal ein wenig aufgeräumt habe, kamen Bardo und die anderen rein. Sie haben mich gar nicht beachtet und begannen einen Plan auszuzeigen, um deinen Wolkenvogel zu verstecken. Ich wollte mich wegschleichen, um dich zu warnen, aber da hat mich Bardo entdeckt. Wenn ich etwas verrate, würde ich nie wieder fliegen, hat er gesagt. Bardo hatte also anscheinend den Plan, sich deinen Vogel zu schnappen und ihn beim Wasserfall zu verstecken. Ah, der Wasserfall. Gib mir doch mal kurz die Karte. Da muss er sein, beim Wasserfall. Okay, also anscheinend relativ nah dran, oder? Warte, warte, wo hat er erstmal geht? Hier! Hä, aber da war ich doch eben schon. Du weißt, wie die Karte funktioniert. Drücke Plus und du siehst deine Karte deiner Umgebung. Wenn du dich verlaufen hast, drücke also einfach Plus. Es tut mir so leid, Link. Ich bin so ein Feigling. Es tut mir so schrecklich leid. Ah, kein Ding, Bro. Immerhin hast du jetzt ja das Richtige getan. Aha, Link. Am Wasserfall wurden in letzter Zeit gefährliche Kreaturen gesehen. Du solltest also dein Schwert oder so etwas mitnehmen. Frag doch mal den Schwertmeister hier in der Übungshalle, ob er dir ein Schwert leiht. Ui, das ist eine gute Idee. Das ist eine gute Idee. Da bringt er mir vielleicht auch schon die eine oder andere Technik bei, mit der ich mich hier dann so durchschlagen kann. Das ist super. Das machen wir. Du kleiner Boy, du gibst mir doch mein Schwert. Mein gutes Schwert. Oh, Link. Du kommst um zu üben, obwohl heute der Tag der Vogelreiterzeremonie ist. Das nenne ich mal Eifer. Die Übungsschwerter sind hier im Hinterzimmer. Also hol dir einfach eins und komm danach zurück. Ich bin immer hier, wenn du Fragen zum Umgang mit dem Schwert hast. Okay. Und da haben wir auch schon unser Schwert. Du hast das Übungsschwert erhalten. Dieses äußerst scharfe Schwert wird von den Schülern der Ritterschule bei Übungskämpfen verwendet. Ein äußerst scharfes Schwert für Übungskämpfe. Ja, moin. Sehr, sehr schlaue Angelegenheit hier. Warum leuchtet das hier bei der Ausrüstung? Na, egal. Auf jeden Fall haben wir jetzt unser Übungsschwert. Hui. Und damit säbeln wir das Ganze mal durch. Stich. Säbel seitlich. Säbel von rechts. Oben nach unten. Und Schnurrschatz von der Seite durch. Sehr gut, Link. Du weißt mit dem Schwert umzugehen. Das freut mich. Ich bin wirklich stolz auf dich. Wenn du möchtest, kannst du jetzt die Wirbelattacke üben. Äh. Unbedingt. Diese Antwort wollte ich hören. Um dich herum werden nun mehrere Stämme erscheinen. Bleib auf der Stelle stehen und führe die Wirbelattacke aus. Bewege hierfür die Weaverbedienung und nunchuck gleichzeitig ruckartig zur Seite. Zeig mir, was du kannst. Hui. Hui. Hervorragend. Haha. Ja, so muss das aussehen. Also gut. Willst du zum Abschluss noch den Fangstoß ausprobieren? Aber sicher. Haha. Sehr gut. Gut, der Fangstoß ist nur dann möglich, wenn der Gegner am Boden liegt. Drücke Z, um ihn anzuvisieren und bewege die Weaverbedienung und das nunchuck gleichzeitig ruckartig. Schlage diesen Stamm zu wohnen und versuche dann, den Fangstoß darauf auszuführen. Wunderbar. Hahaha. Du kannst den Fangstoß auch dann einsetzen, wenn du den Gegner mit dem Schild oder einer Wirbelattacke zum Boden geworfen hast. Der Verein bleibt aber nicht für immer am Boden liegen, also lasst dir nicht zu viel Zeit. Vergiss nicht, die Weaverbedienung und das nunchuck stets gleichzeitig ruckartig zu bewegen. Ich glaube, ich weiß, warum man das Spiel von der Steuerung ja nicht ganz so gut empfunden hatte. Ich finde es witzig, aber man muss anscheinend echt sehr viel Enthusiasmus mitbringen. Aber finde ich cool. Ihr seht mich hier anscheinend das ein oder andere Mal locker rumzappeln. Was soll das werden, Link? Also Übungsschwert bleibt gefälligst hier, mein Freund. Dachst du so etwas, du könntest einfach mit dem Schwert davon schleichen? Aber ich brauche es, bitte. Wie? Du sagst, ein Wolkenvogel sei verschwunden. Und du willst sie nun suchen. Hm, verstehe. Eigentlich dürfen hier im Wolkenhort nur Ritter ein Schwert tragen, aber ich mache dieses Mal eine Ausnahme. Aber wehe, du stiftest damit Unruhe im Dorf, ne? Wenn du noch üben willst, komm hierher und übe hier drin, verstanden? Okay. Dann können wir jetzt endlich dem Vogel auf die Spur gehen. Bäh, bäh, bäh. Hallo, hallo, junger Mann. Kommen Sie mal rüber. Nimm mir nach Deutschland. Nimm mir mit. Die will nach Deutschland. Ich bin ein Schika-Stein. Freut mich, deine Bekanntschaft zu machen. Lass mich direkt zur Sache kommen. Ich denke, du wirst hin und wieder nicht wissen, was du tun sollst. Wie es weitergeht. Wenn du dir mal bei einem Rätsel vergeblich den Kopf zerbrichst und dir keine Lösung einfällt, komm zu mir. Im Moment habe ich nichts für dich, aber wenn du später wiederkommst, kann ich dir was Tolles zeigen. Alles Gute. Okay, gut. Das ist dann also unser Guide hier. Klingt interessant. Wird genutzt. Perfekt. Ich würde sagen, jetzt gehen wir einfach wieder zurück zum Wasserfall nach unten. Da waren wir ja schon letztens. Deswegen, skiddledidoo, mir das auch einfach ein bisschen vor. Die Frage ist halt tatsächlich, was hat sich jetzt verändert? Was ist jetzt anders als vorher? Ach so, stimmt. Jetzt können wir wahrscheinlich, jetzt können wir wahrscheinlich die Stäbe da durchschneiden, so dass wir dann trotzdem in die Höhle reinkommen, oder? Ja, ich kenne es doch, ich kenne es doch. Warte mal, kurzer Test. Ja, funktioniert. Perfekt. Na dann, ab in die Höhle. Oh, da ist mein Vogel. Lass mich rein! Ich bin echt gespannt, was hier drin auf mich lauert. Wasserfall. Ui, die ersten Gegner. Hinten, uah, ups. So. Ui, 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 ui. Ui, und Schleim auch. Weg mit dir! Oh, Alter, hat er mich gerade ein bisschen gefangen. Was ist denn hier los? Und, hey, what? Ui. Ey, der Kampfmechanismus ist hier halt echt sehr aktiv. Hier unten gibt es also auch noch einen weiteren Käfer für mich. Okay, gut zu wissen. Komme ich da irgendwie hoch? Vielleicht von der anderen Seite aus? Nee, anscheinend bisher noch nicht. Okay, lass mich hier einfach mal durchrennen. Ich glaub, wenn ich hier durchrenne, bin ich nämlich relativ gut dabei. Ui, komm weg! Muss denn sogar zwei jetzt verpassen, als ob. Nichtsdestotrotz, wir sind gleich da. Hier an der Seite gab's nämlich nix. Okay. Ui, Alter, sind das viele. Rubinefarm geht aber immer. Du wirst einen grünen Rubin halten. Er ist einen Rubin wert. Sammle so viele davon, wie du nur kannst. Denn Geld ist bekanntlich eine sehr essentielle Nahrung, äh, Währung. Okay. Ui, 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 ui. Okay, das Versteck war cool. Man scheint doch nicht ganz so schnell durchrennen. Aber jetzt! Gib mir mein Vogel! Was da hinten sieht sehr beängstigend aus. Ui, 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 ui. Hier ist eine Statue zum Speichern. Der Wasserfall. Und hier geht's weiter. Und ich wette, da hinten ist er! Kommt schon! Link! Da bist du ja, Link! Ich hab gehört, dass du auf dem Weg zum Wasserfall bist und dich von der Luft aus gesucht. Und? Hast du deinen Wolkenhofvogel schon gefunden? Noch nicht, aber ich bin ihm nah auf der Schliche. Hm. Bart und seine Kumpels sollen sich oft dort hinten herumtreiben. Gehen wir! Was ist das? Wer? Wer, wer, wer ruft da? Oh, es wird mir leid. Ich war kurz abgelenkt. Gehen wir! Na dann. Vorwärts. Hier ist er, oder? Vogel! Da ist er, ja! Dein Wolkenvogel! Kommt zu Papa, kleiner Vogel! Und nochmal durchschleimt. Hopp! 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 Und der letzte. Übrigens, man muss die Schläge tatsächlich passend machen. Das heißt, seitlich für seitlich, von oben nach unten, so. Es muss passen. Das heißt, hopp! Ist er frei. Hier oben auch nochmal. Und der letzte. Hopp! Ey, ich mach doch seitlich. Jawohl. Komm her, kleiner. Oh Gott, ist der süß. Oh. Wir haben ihn wieder. Endlich. Los, Link. Beeil dich. Sonst verpassen wir noch die Vogelreiter-Zeremonie. Ruf deinen Vogel! Hey, Link. Diese Stimme. Hast du das gehört? In letzter Zeit habe ich das so oft, ich habe das Gefühl, als rufe mich irgendjemand. Link, hast du jemals darüber nachgedacht, was sich wohl unter der Wolkendecke verbirgt? Alle sagen, da gäbe es nichts. Aber was heißt das, da ist nichts? Ich kann daran nicht glauben. In einem alten Buch meines Vaters habe ich von einem Ort gelesen, der Erdland heißt. Und viel größer sein soll als unsere Welt. Niemand hat sich je dorthin begeben. Aus irgendeinem Grund bleiben auch die Wolkenvögel, äh, Vögel, stets über den Wolken. Aber eines Tages, ja, da möchte ich dort hinuntergehen und selbst nachsehen. Tut mir leid, dass ich dir sowas erzähle. Komm schon, lass uns gehen. Sieh doch, auch dein Vogel wartet auf dich. Wenn du gesprungen bist, musst du ihn auch nach unten drücken. Diesmal wird dein Wolkenvogel kommen. Na dann? Let's go! Komm zu Papa! Da haben wir ihn auch schon. Nach der ganzen Aufregung sollten wir noch einmal alles durchgehen. Fühlst du dich bereit zu fliegen, Link? Jupp! Du bestimmst die Richtung, in die dein Wolkenvogel fliegt, indem du die Weaverbedienung nach links und rechts neigst. Falls du schneller fliegen möchtest, bewege die Weaverbedienung ruckartig nach oben und unten, um an Höhe zu gewinnen. Und neige sie dann nach unten. Immer wieder ruckartig nach oben und unten bewegen, dann nach unten neigen. Das ist der ganze Trick. Das macht ja voll Wuck. Und? Ist mit deinem Wolkenvogel alles in Ordnung? Jupp, ist es. Ja, super. Wenn du auf deinem Wolkenvogel reitest, drücke jeder Seite 2, um dir die Steuerung anzeigen zu lassen. Außerdem kannst du A drücken, um kurz zu beschleunigen oder anzugreifen. Drücke B, um langsamer zu werden. Okay, Angriff! Nice. Das macht total viel Spaß. Und wir haben hier ein riesiges Wolkenreich, was wir später noch erkunden können. Das ist einfach nur klasse. Link, ich hatte schon das Schlimmste befürchtet, aber dein Wolkenvogel scheint in Ordnung zu sein. Vater und die anderen warten sicher schon. Beilen wir uns. Na dann? Die Steuerung ist halt echt klasse. Ich verstehe, warum Acianoma sich das schwer tut, ist, auf dem anderes Ding zu packen. Speichern. Speichervorgang erfolgreich. Dein Wolkenvogel ist einfach unglaublich. Und das nach all dem, was er heute schon durchmachen musste. Ich werde nun meinem Vater berichten. Aha, bitte. Hey, Link. Weißt du? Ha, 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 ha. Ach, du hast ein Federvieh gefunden. Ha! Wir haben hier seit dem Morgen geübt. Warum kriegt ein Nichtskönner wie du eigentlich immer eine Extrawurst, äh? Und jetzt taust du ja auch noch mit Zelda auf. Allein traust du dich wohl nicht, was? Zeldalein und ich sind schon seit unserer Kindheit gute Freunde. Da bildest du dir mächtig was drauf ein, stimmt's? So ist es doch, oder? Und zu diesem Zeitpunkt wusste er, dass sich die Grafikkarte verabschiedet hat. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Was ist denn jetzt? Untertitelung des ZDF, 2020